Ich hätte schon Bock zu ballern jetzt, ne? Also zu schießen, also zu Valorant, zu Valorant. Der Senna Support? Ne, was will ich überhaupt? Heiß begehrt die Rollen, ich merke schon. Ich zeige euch jetzt mal, wie man Ardekirby spielt. Ich, ich fille. Was spielen denn die Gegner? Ja, lass mich kurz schauen. Wir haben hier einen Viego-Spieler. Okay, du und ich. Ich Support? Ich will ganz gerne Viego spielen. Ja. Abfahrt. Okay. Dann haben die... Oh, die haben Seraphine-Flex. Seraphine-Band. Seraphine, sagt er, okay. Wait, hat er mich jetzt wirklich? Oh, es ist so schön ruhig, wenn man Phil gemutet hat, ne? Könntest du das Rauschen des Flusses, das Zwitschern der Vögel. Okay. Ihr könnt mir gerne Viego First packen. Mhm. Ich hab ja noch nie vorher gespielt, aber er ist komplett OP, glaube ich. Klasse. Das hört sich schon sehr viel perspektiv an, muss ich sagen. Ihr könnt Yasu dann noch dazu picken. Ne, diesmal habt ihr einen richtigen Ardekirry und Ardekirry ist eine Rolle, wo man auch mal carryen kann. Okay, was willst du denn dazu haben? Hast du eine Idee, was du spielen willst? Für Botland? Ja. Du kannst mir... Was willst du haben als Supporter? Du kannst mir Kogma picken. Ja, ist du. Ach, scheiße. Okay. Wenn du möchtest. Darf ich dir Brückfrau anbieten? Ich könnte... Also eine Lulu würde ich fühlen hier, muss ich sagen. Oh, ja. Schöne Runde Lulu Kogma. Hoffnung, Lulu sehe ich mich aber auch. Ja, das merke ich schon, ne? So, diesmal mache ich hier nicht den Fehler und ich pick Frontline für dich. Nein, du darfst picken, was du möchtest, ey. Ne, ich glaube, das wäre nicht so gut für uns alle Beteiligten. Weil der Halberdinger war gerade nicht verkehrt, du. Aber das ist ein bisschen schwer, das Game, nehme ich an. Muss ich meinen Weg gedrückt halten, wenn ich das schon will, oder wie funktioniert das? Das ist charged, ja. Ja, ja, ja. Charged. Ich habe jetzt meine Anreisezeit für morgen gekriegt. Ich muss um sieben in der Früh losfahren. Erst mit dem Zug nach Berlin. What a nice life. Mein Tag geht morgen von sieben in der Früh bis vier Uhr nachts. Warte, warum brachst du dich an der Nacht in Berlin? Ja, weil ich dann Montag nicht streamen kann. Und du willst nicht einfach Montag um sieben Uhr zurückfahren und dann einfach am Abend streamen? Sieben Uhr, ich weiß gar nicht, wie ich das morgen machen soll. Also legit nicht. Wie soll ich das machen? Wenn du eh schon um sieben Uhr an den anderen Tag aufgestanden bist, dann fährst du dann. Fährst du dann irgendwie sechs Stunden. Kann ich euch was picken? Kann ich Lulu picken? Ja, 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 pick Lulu. Pick Lulu pick. Pick Lulu pick. Pick Lulu pick. Pick Lulu pick. Pickt Lulu pick. Wie lange ist es fest? Sieben Stunden oder so? Na ja, sechs. Bisschen länger sogar. Bisschen mehr als sechs Stunden, weil ich jetzt auch zum Hauptbahnhof muss. Oh, aber immer, aber immer. Das ist echt unangenehm. Das wird rau, muss ich sagen. Holy shit. Du kannst dich auf ein richtig geiles Finale freuen. Ja. Es sind auch viele Leute da. Sona wurde ja ausgeladen und seitdem freue ich mich auch richtig drauf. Ja, bei dem wird es ein gutes Finale. Wenn ich spiel erst nämlich mit. Spielst du cool? Wollt ihr doch irgendwelche Bands haben? Sonst bin ich einfach Articaries, ne? War das denn gut gegen Kogmar, Brückli? Alles. Actually nichts. Komm mal, ziemlich gute Match-Ups. Das ist actually crazy stark, oder? Der Champion. Ja. Was haben wir noch? Support, Alistair. Während uns, ja. Also, ich zeig dir jetzt gleich mal, wie man sich mit Kogmar bewegt, ne, Kollege? Okay, dann spiel ich jetzt Quinn. Mal gucken, wie du dich dann bewegst. Ja, spiel ruhig Quinn. Ich brauch keine Front sein. Du hast dir schon drei Milis gegen dich. Ich brauch keine Front sein, du. Ich bin noch nicht so ganz sicher, was ich euch hier zeigen soll. So, darf ich jetzt was picken? Ich hab ja schon wenig ausgesessen. Was ist ein gut gegen Nasus? Vorschläge. Timo, glaub ich, wird... Kannst du mit Uga komplett überfahren? Der beste Pick ist Sion. Full Tank Sion. Melfight ist auch echt... Melfight ist insane. Gibt mir Poppy. Okay. Der Poppy ist gleich terrible gegen Nasus. Das ist ein richtig, richtig gutes Matchup. Eine richtige Scheißidee ist das. Ja. Da kriegst du jetzt das ganze Game so. Oh, ja. Ach du Scheiße. Das wird gut, ja. Wir Polkfrau bucht, soll die Polkfrau bekommen. Das ist für Hölle. Schön, ey. Die Jede haben vier Milit und ich bin Kogmar, ey. Das ist so ein Fest. Das wird so ein Fest, ja. Ich denke, Kassadin into Basically Full Adi hört sich gar nicht so schlecht an. Da könnte man Frozen Heart Kassadin rauspacken. Frozen Heart und Barrier. Hast du das Spiel? Ne. Ja, ich glaube TP Barrier hat man, oder? Wie wär's denn jetzt in der Mitte mit einem Full Tank Sion? Ja. Ja, also ich plan grad den. Wer kann grad den ist denn in Botlane? Kassadin. Kathos wahrscheinlich, ja. Kathos. Spielt man ja immer auch noch auf Conqueror dann, ne? Ist das Kathos Pantheon? Würde ich sehr enjoyen, ja. Äh. Würde ich sehr enjoyen, ja. Heuchy, warum ist denn deine Stimme so tief? Hä? Was? Was meinst du? So, ich muss noch kurz spotten. Kriege ich ein Secondary hier auf Poppy. Ähm. Ich weiß nicht mal, was du Primary gehst, ja. Na, Grass. Ich kann auch ein legendäre Vitality Poppy auspacken. Pickle ist unser cool lieber Pick hier in der Mitte. Respekt. Ja, das wird Frozen Heart in two Tränen und dann land du ins. Soll ich mal, spiele ich ein Secondary auf Poppy? Äh, was hast du first? Wer ist? Ich bin gleich wieder da. Einfach Boots und äh, guck ich. Okay. Lass. Wieso hat Lu denn so viele fucking Skins? Das ist ja auch nicht mehr normal. Ufuh, Lucy, Ufuh. Hä? Schmur, sag ich dir doch? Die Gefahr, dass ich nur 5G höre. Ja dann gib mal per Boots und gedieb. Time of Tonic it is. Okay. Ich bin mal kurz für kleine Mädchen. Gleich wieder da. Der wird richtig nass gemacht. Ich kann auch mit die Gnei spielen. Dann wird ein bisschen, äh, Frederic supported. Dann wird doch so ein Hell of Blades gegen das auch machen. Oh. Oh. Ja doch, das fühl ich, glaub ich. Äh, du musst Smite mitnehmen, Tolkien. Ich weiß, ich weiß. Mein Twitch-Chap slammt ja schon seit dem ersten Champion. Ich trolle die ganze Zeit. Die ganze Zeit, alles was ich schreibe ist Smite. Oh. Als ob ich's nicht gesehen hätte. Das schreiben die Jits seit dem ersten Champions. Es ist ein Witz. Ich hab dann... 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 Einmal alles haben mit der Spouts durchgecycelt. Und die waren zu dumm zu realisieren, dass ist die Trolle. Und die sitzen alle Smite weiterhin. Als hab ich's dann nicht bemerkt. Was ist los? Warum spammt mein ganzer Channel? Smite, 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 Smite? Meiner auch! Meiner ist ja mit Senf, Senf, Senf. Tolkien! Ihr habt den getrollt! Ihr habt die Seite des ersten Champions gepickt. Äh, haben die es geschrieben. Okay, Leute. Wer hat gewonnen? TSM oder Team Liquid? Ist doch ein bester Five, oder nicht? Die können doch nicht fern sein. Was ist denn das? Es sind einfach die Playoffs ganz normal. Warum haben die keine Pause? Nee, bei denen ist das so, dass irgendwie 8 von 10 Teams in die Playoffs kommen. Warum ist das bei uns nicht so? Weil das es dem Clip ist. Weil das es dem Clip ist. Ähm. Der bräuchte geduldig, ne? Was ist das für ein Champ? Wenn ich den richtig Hopps nehmen will, geh ich dann Dorans Blade? Das bist du dann, Poppy. WTF, warum ändert sich das Icon davon? Hä, was ist das? Das Icon? Ja, wegen dem neuen Skin, weil der krass ist. Achso. Das ist ja Pay2Win, ich weiß nicht, wie das ist. Weil, wer von denen ist Botlane? Ion, oder? Ion. John Smite, Smite. Ion Pantheon. Ist, denke ich, ist egal. Ich counter jeden hier. Ist das Garen Midlane? Oh, ich bin ein bisschen zu spät. Ähm. Ich muss mich noch kurz in die Nase. Warum hat es unser Pony? Haaa. Ich, don't press me. Ja, ich bin aggressiv hier. Let's play it. Ich bin wirklich aggressiv. Ey, die werden Level 2 tatsächlich. Nur, dass ihr es wisst. Ne? Auf der ersten Welt von Asus Level 2. Stark. Kann Viego Toplane Level 3 ganken? Geht das? Ja. Sehr gut, Siger. Sehr gut. Bär im stark. Vor allem in den Allianz. In den Allianz. Okay, wie weit stehst du hinter mir? Welchen Spell gehe ich? Level 2? Hast du, brauchst du einen Pull? Ach, nö, nö, nö. Weapon, nö, nö. Das würde schon passen. Ähm. E. E oder W, actually. Geht beides. Was ist besser? Wir spielen eigentlich? Darf man eigentlich klären? Ich glaube, E hat besseren ClearSpeed. Ne, das ist, glaube ich, schon ein Viewer Games hier. Natürlich. Wir haben dreimal heute gespielt. Drei Mal in Deutschland. Entschuldigung. Das ist okay. Warum? Ich sollte nicht hochreden. So, hier. Da ist ein Schild. Da exhaust dich direkt noch rein. So, einfach dranbleiben. Hast du nicht hier gestartet? No, ich hab doch... So, ich hab noch ein Schild. Das bringt doch jetzt nix. Da ist so niemand. Ist doch mir egal. Da hälst du den Schwabel. So flähen wir jetzt, bitte. Brokkoline, jetzt. Wir haben... 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 Ich bin abgelenkt, ja. Jetzt konzentriere dich, verdammt. Was? Satt. Vorsicht, du nicht klar? Du stirbst doch sonst. Ich komme nicht klar, ja. Ist echt okay. Jetzt bin ich grad chillo, ja. So. Schild. Aber warum denn da? Du Pfeife. Oh man, okay. So hier, Schild. Gettt mich auch. So hier, Schild. Ich hab hier mitten in der Bro-Lane, bitte gank mich nicht. Meine Lady, sie ist nicht so gut. Bitte nicht aus der Rolle fallen. Wo ist die Kartus Hilfe? Okay. Wie war das, wenn die Level 3 ging ich hier? Nee, der war aber abgesagt. Ich hab hier. Hilfe? Anyone? Nee, ich hab Bro-Lane mit, tut mir leid. Die, unsere Linie, die kann dazukommen. Oh, pass auf, Garen kommt auch von oben. Du kannst das. Ist unsichtbar, wenn du in deiner Wolke bist. Aber ist nicht schlimm. Ist okay. Geht das nicht, also ist das nicht sauer anstrengend? Ja schon, aber ist okay. Macht gerne für dich. Fürs Feeling, weißt du. Damit du performen kannst. Hier in deinem Schild. Ich hab mir nichts. Ich hab mir nichts. Ich hab mir nichts. Hier kommt ihr. Ja. Okay, ich muss jetzt echt mal wieder aufs Game konzentrieren. Ja, ja. Ich hol dich ab. Ich hol dich ab. Ich hol dich ab. Ich hol dich ab. Hier. Lauf. 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 Das gehen wir nie noch. Oder schaffst du das? Na klar. Hat nicht gereicht. Na ja. Da kommen wir noch mehr. Nein, 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 nicht, 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 nicht. Der macht Ausgleich mit mir. Das ist echt schwierig. Wie würdest du jetzt in der Lane zurücklaufen? Was macht er da? Der macht Ausgleich. Wir haben eine Bro-Lane und der hat gerade eine Regel gebrochen. Achso. Was? Hä? Ich bin hier gar nicht durch. Was ist denn hier passiert? Die Button fehlt. Der hat den outplayed gerade. Die Button ist weg. Hey. Das war... Das war ein Regelversturz. Was ist denn hier? Was ist denn hier passiert? Scheiß Männer. Hör auf jetzt. Ich kann nicht fokussen. Ich hab auch ein Massivproblem. Hä? Was macht der hier? Können wir den holen? Guck mal, ich schilde dich. Hör auf jetzt. Ah, ich hab den Slogan misst. Na ja. Fangen nächstes Mal dann. Hä? Okay. Oh mein Gott. So. Hier. Ich hab nochmal ein Schild. Speed. Speed. Sehr gut. Stark gespielt. Das ist ganz schön broken, muss ich sagen, was wir hier machen. Warte. Ja, ich share den. Sehr gut. Ich hab doch gesagt, dass von noch mehr. Also ich brauche nicht, aber wir können probieren hier. Garen kommt hoch. Hier, ich hab ein Schild. Kannst du dir eh flashen, du hast ja flashen, ne? Stark. Stark. Da kommt ein Jungler, ne? Ja, ja. Ja, ja. Bist du da jetzt gehen, oder was? Ja, ja, ja. Okay, okay. Okay, okay. Ich schilde. Ich schilde. Ich slow. Ich slow. Oh. Oh, das war super. Das war geil. Das hast du echt toll gemacht, du. Das war gut. Find's schön, wie wir kommunizieren hier unten. Hier, dann nochmal ein Schild. Danke, danke, danke. Das hab ich gerade gebraucht, ne? Ich hab mich ein bisschen auch schutzlos gefühlt, ne? Können wir hier vielleicht, na, können wir den diven? Ich hab gekneidet 15. Ja, das ult, ne? Ja, ich hab gekneidet. Bordecker hinter sich. Okay, okay. Ich bin down, ich bin down. Ja, Schild, Schild, Schild! Sieht mich jetzt? Da ist es. Oh, mein ADC ist so bad! Shit! Nee, ich brauche Hilfe! Also, du bist noch nichts. Also, das ist geil. Das ist gut gelaufen, oder? Das ist gar nicht gut. Aber kein Problem, wenn du 1-5 füllst, machst du einen Pentakill. Machen wir... Ich muss einfach, glaube ich, ein bisschen mehr auf K fahren, um aufhören zu ganken. Ich hab einfach Blue-Buff und Counter-Jungern können. Ich hab das in Dive gesehen, mit den Gneiden zum Dreher an der Wand. Wieso ist das Alknall nicht feinbar bei dem, bei dem Typen? Seltsam-Bulki, das ist wie bei Cain. Wie ist es bei Cain? Bei Cain ist es auch so, dass es mit Skin unterschiedlich ist. Oh! Pay to Win also! Toll, Riot Games, toll! Wait, das ist mit den Nasus? Hm. Nee, was? Ich bin High. Hier! Hier, Schild! Ich wollte den sharen! Gott sei Dank, Snob! Hier sind noch zwei, die spawnen doch immer, weißt du doch! Also! So! Nimm mal du! Super! Ihr könnt natürlich auch gewinnen, wenn wir mal einen Jungler hätten. Add Tolkien, Leute. Ihr müsst glaube ich fahren, ich bin 0,2. Wait, warum bist du 0,2? Ich bin top, da hinten haben wir gedeifert, hat nicht funktioniert. Nee, leider gar nicht. Hier ist ein Schild! Und den Spiegel! Und den Spiegel! Tipp alles! Ich komme, ich komme, ich tippe! Ah! Let's go! Bin auch gleich da! Hahaha! Die sind ja gar nicht gut! Hilfe! 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 Garen kommt runter, jetzt Achtung bitte! Garen kommt runter, Achtung! Hilfe! Ich lebe! Ich lebe! Ich bin tot! Easy Game! Oh, ich habe die Ult gedeutscht! Triple Kill! Aber für einen guten Zweck! Guter TP! Ich werde ganz erscheinen damit! Oh, der kann ich! 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 Äh, ja, ja! Nice! Schlackeaktion, Jungs! Toll, trotz ein bisschen! Ein bisschen vielleicht, aber ist fine! Trotz eh, wenn du so Poppy mit Hell of Red spielst, also geh ruhig der 1,2. Ja, jetzt ist der 3,0 da sie jetzt stompst da sowieso! Ich verstehe die Frage jetzt nicht! Alles für den Nadecarry, Uwu! Der deutsche Hammer! Ich bin 0,1! Und so meine Kills! Warum brauchst du denn eine Träne in the way? Weil der so traurig ist, wenn er ins Spiel zuguckt! Hä? Was soll das denn? Was macht der denn mit dir die ganze Zeit? Er trägt dich ja gar nicht! Ja, wir haben eine Bro-Lane auf gute alte Zeiten! Wer ist denn das? Ja, Garen! Also, du kennst den aber nicht, oder was? Nein, ich habe gefragt, ob der eine Bro-Lane möchte und der meinte so, yo! Garen wie in Kassadin! Das hört sich nach einem sehr, sehr schlechten Deal an, muss ich sagen! Das ist ein super Deal! Okay, ich gewinne der Top-Lane gar nicht! Oh, 3-Greens nicht! Was hat denn ich meine? Mein Ult-Band hat von so Damage und so ein Jump, ne? Ja! Und so wüsstet er das halt! Ja! Ja, genau! Und so wüsstet er das halt! Ja, genau! Ja, genau! Ja, genau! Ich stehe auch zu weit vorne! Ich muss eigentlich hinten stehen! Könnt ihr die baiten? Ich will rein! Hier stehe ich besser! Ja, ja, ja! Ich baite dort! Los! Baite! 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 Wer bietet mehr? Der heilt sich einfach gegen meinen Damage gegen! Ich drücke dem auf Cooldong. Oh! Da musst du aufpassen! No way! Was ist das? Ich habe alles getan, was ich... Ich hab Legit... Kannst du den killen? Kannst du den killen? Ja, nicht! Ich bin Lolo! Ja, mein Lolo! Da wird euch Top-Lane gegenkommen wahrscheinlich, ne? Ich hab jetzt mal eine Mana Moodle ready. Jetzt geht es richtig ab. Ich hab jetzt nicht mal Wende jump'n, Mann! Ja! Ne, das geht nicht! Also jetzt mal im Ernst, warum kann ich den killen? Ich fühl den Kermit auf jeden Fall noch mehr Den Kermit? Du willst den Kermit sehen? Dann würdest du den Kermit verkaufen Dann bräuchte ich so ein richtiges Genie verloren gegangen Ein Support Talent meinst du? Mäste ich 2 B oder I? G E Max auf jeden Fall Ja wir sind solche Brüder hier auf der Mitte Ich finde das genial So Olaf, wann ist der nächste TP ready? Sag mal 3 Minuten Kermit Ich brauche jetzt hier mal meinen Jungler Komm mal runter drücken Dann wie wir zusammen Spaß haben können Boah ich komm mal der hatteste Star Vorsicht Ich bellte, oh ich bellte Mich selbst Die werden aber hier, die werden dafür gehen und dann punishen wir die Ah ja die werden dafür gehen Fuck Ich glaube die werden nicht dafür gehen, die werden für den Drake gehen Max nicht wie oder I als zweites? Das weiß ich tatsächlich nicht Das weiß ich leider nicht Okay wahrscheinlich I, wie geht nur Damage, mehr nicht Die machen gerade der Drake eh schon 90 Sekunden bist du hierher, dann bin ich wieder da Die besten Eagle Champs, meiner Meinung nach, sind Seraphine oder Sona Weil du wirklich überhaupt gar keine Verantwortung tragen musst Ich bin aufgestorben Und ich bin Gentleman alter Schule Und deswegen sage ich, keine Frau trägt irgendetwas Und schon gar keine Verantwortung Gebt man Gelforst oder Krakenslayer? Guck mal Uwo Ich glaube hier würde ich Du musst auf Krakenslayer gehen, ne? Ich denke hier würde ich Aber ich spiele nicht am liebsten Jumi Ich finde Jumi toll Das ist eine süße Katze Mir hat es genau Der hätte ich auch mit Krakenslayer nicht gemacht Oho, das ist eine Weltversicht Wo kam das her? Der Flash? Kermit Gar kein Problem 276 Das wolltest du nur gesagt haben Das ist glaube ich gar nicht so viel, oder? Boah, das ist Zeit mal 2 ist immer gewesen früher Ne, 20. Minute 400 Mach fast draus! Ja, genau, Zeit mal 2 Ja, das ergibt Sinn Hm Der hat auch schon sein Item fertig Läuft gerade in Kartos rein, ne? Ist dir klar? Ja Ich kann boben, ich kann boben Ne, noch fighten wir nicht, bitte Achso Okay, dann nicht Hm, Vorsicht Sehr gut gemacht, sehr, sehr stark Na, das hat TP übrigens Es ist zu schwer, Leute Es ist zu schwer Wait, what the fuck? Ja, er hat gesagt Level 11 Aber das war unfair Er hat einfach, oh mein Gott Hat er actually gesagt, ist fein Aber aus irgendwelchen Gründen könnt ihr tatsächlich gegen uns leiden, ne? Das ist komisch Wir sind irgendwie ganz schön stark, ja, muss ich auch sagen Vielleicht, ja Achso, ich hoffe, ihr bleibt dann stark für den Rest des Games Kein Flash mehr, kein Flash mehr Wir werden auf jeden Fall stark bleiben für den Rest des Games, ja Oh Gott Ich hab einfach, ich geh einfach um, bevor ich ihn töte Ich habe einfach jeden einzelnen Spell auf ihn gedrückt und hatte kein Mana mehr, bevor er tot war Okay Okay Das hört sich ja gar nicht mal so geil an Ich hab vielleicht auch ein, zwei Spells gemischt, aber er ist wieder voll, was ist das? Hm, hallo, Solafour Oh, der hat echt viele Stacks Hm, der kann ich wahrscheinlich in zwei oder sechs töten Ne, ich hab Frozen Heart Hast du den Frozen Heart? Das hat er wirklich gekauft I mean, look at this Oh, das Game wird geil Ist ja schon Das wird ein Bänker, ja Ja, ich hab Conqueror Ich bin auf den Ernstfall vorbereitet Alarm Ah, guck mal da, der ist jetzt nicht Haha, ich überlebe Ja, mach ihn fertig Sehr gut, Norway Ja, absolut kein Schaden Ja Warte, warte Okay, wir müssen Hallo, ran, zurück ihn, bitte Gott Mich retten Hier, ich rette dich Jawoll Super Klaus Der ist doch 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 gut Wenn ich da ein bisschen früher töte, gewinne ich das eigentlich schnell So, komm mal her, du dumme Sau Das war jetzt auch nicht besonders Lady Line Komm her, du dumme Sau So, Leute Ja, das läuft ganz gut Ich hab bald Malamone, ich hab bald Kragen Slayer Aber Ich vermisse auch den Frog Äh, Brücki tatsächlich Ich bin komplett useless Das ist okay Das ist okay Das ist okay Die müssen erstmal später an mich rankommen Dann Was kauf ich jetzt auf Kasseln noch so für Items? Was ist das für eine Scheiße, die du da hast? Das ist gut Ey, das ist gut Bist du nicht mit deine Fetten? Ja, 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 ja Ne, ist ja eh weg Der ist ja eh weg, ne? Was soll er machen mit Frozen Heart und Ninja Database? Was soll er denn machen? Wie viel hast du Intos? Leider gar nichts Das passiert alles nüchtern Baut man noch Rageblade auf Kogma? Ne, das ist ganz schwierig Keine Ahnung Ich steh mir hinten einen Schilder Machen wir den zu zweit Ja, du kannst Rageblade wahrscheinlich bauen Oh shit Du wirst glaub ich ganz schön durchgezählt, kann das sein? Oh ja, du bist tot? Also du musst jetzt überleben Ich brauch Hilfe Ich bin ganz schön useless, ne? Das ist wohl bei, ja Das war irgendwie nicht so gut jetzt Was ist mit dem los? Ok Autofill Was, das willst du stacken? Oh, schade Also ich bin broken Was soll ich sagen? Wenn die jetzt Ult ist Tolkien, ist da deine Ulti noch ab? Weiß ich nicht Mach mal Mach mal, mach mal Ich hab Sweeper Oh Ne mach Ult Hab ich? Du hast jetzt immer nur Ult Ne, hab ich nicht Aber die ist abgelaufen dein Geist, weißt du? Dann geht's nicht Hä? Wirklich? Ich glaub die Ulti sollst du es eigentlich haben Wufu 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 Du hast das, du hast das Na, doch nicht Hm Also hab ich jetzt einmal Ulti, wenn ich Ulti Ich komme hier aus Base, ich komme Oh 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 Oh, oh Druck bist du trotzdem Hm Das ist irgendwie nicht so viel verschweigen Die ID Carry Experience Wollen wir Top denn töten? Der hat keine Ulti Äh, ja Können wir machen, schwierig, ne? Der hat keine Ulti Ich brauche nur zwei Items, dann geht's ab Wenn du ihn baiten kannst War gut, aber halt Ich bin unkillable, ne? Also, oh mein Gott Wer hätte dich grad fast gewohnt hittet Er wäre jetzt die Ulti relativ gut oben Es ist all you, all you, all you, all you Ulti, ulti, ulti So muss das Nice gemacht, Autofill So muss das Dein Maul, Mann Also die Gegner haben drei Drapes, ne? Drei? Drei? Was ist denn hier Junknative passiert? Aber es ist keine Cloud Soul tatsächlich Das ist aber schlecht für uns dann Das ist richtig Okay, also ich bin stark Ich nicht Ich absolut nicht Aber gemeinsam sind wir stark Aber gemeinsam sind wir stark Der 10 CS die Minute Der hat unseren Rap-Buff, der Garen So geil Ich hab 160 Augen Wieso kann der Jumme mit den Items Einfach komplett den Arsch Los, renn ihn runter Bei einer magischen Schaden Den fesen Fred Keiner weiß warum Fredrik Was? Vielleicht hätte ich den fast runterlaufen können, oder? Tatsächlich, ja Der hat 160 True Damage gemacht Und 360 Magic Damage Warum? Ich stehe in 0-4 Du nimmst den ja nicht Das tut mir leid Oh, hier Nimm alles, was ich hab Tschüss Das ist doof Ich find's auch doof Oh, Tolkien Oh, Tolkien Tolkien Attacke Der Damage ist ja disgusting Tolkien, lolle, ich komm für dich Wie dumm ist mein Champion Ich bin fast high-fighter Let's go, boy Du alter Dutch Titan, ey Wieso macht der mir so viel Schaden? Weil er 1000 Sticks hat Mein Champion ist ja stupend Ich hab 150 Amor Ja, Leute, Drake, drei Minuten, ne? Kein Druck Ich mach trotzdem Damage Drei Minuten, Drake, ne? Gib, gib, gib Drei Minuten Drei Minuten Sag mal, also wie funktioniert mein Ult jetzt genau? Wenn ich jemanden possesse, dann muss ich sofort danach weiter ulten? Dann läuft sie aus, oder weh? Ne, ich weiß nicht, wie das funktioniert Das ist wie ne Darius Ult quasi Wenn du jedes Mal nur einen aufwennst Wenn du einmal geult läufst, glaub ich Ah, okay Aber ich kann quasi neu ulten und ne neue Seele aufsammeln Genau, und dann hast du wieder Wenn du ne Seele aufsammelst, kommst du wieder, glaub ich Nassi, Nassi 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 ist eh reduziert Amor, ja das stimmt Der mix das Ding glaub ich auch Oh Ja, mit Level 13 hat er das gewählt Der könnte das auf 5 haben, irgendwie Ey Sola, ich komm runter, ja wir gehen rein, let's go Auf geht's, Sola Loy Ja, das ist hinter der Komm mal Ja, was ist denn das für eine kleine Ich bin da, ich bin da Ist ja ein richtig schlechter Versuch, finde ich an der Stelle Ich kann 3 Q's testen Und dafür stirbst du Pantheon Ciao Vielleicht auch nur 2 Ich bin schon wieder um Das ist crazy Das ist crazy, ja du wirst morgen so Probleme mit der Stimmung haben, ja Das ist okay Ist ja für nen guten Zweck, nicht wahr? Ja Oh mein Damage, what? What? Wie viel Damage? What? What is this shit? We're back guys, we're back Das ist mein Damage Ich war ja noch nicht am Anfang Geh ich jemandem ernsthaft auf den Sack damit? Nein, nein, ne, ne Ich find das echt ziemlich lustig Dann mach ich einfach weiter, haaa Schade So lange geh ich auf den Sack? Kann man auch das angenehme auf den Sack gehen? Haha, dieses Ja, mit Heil zu Asse oder irgendwas Na gut Lass den Garen? Lass den Garen hinter dir, let's go Gute alte Tankkasser, die läuft davon Hilfe 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 Ich kann gar nichts machen Maske, macht Autofilch Nein, Autofilch Nein, Autofilch, ich krieg ein Double Feel by the way Nein, nein, nein 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 Ey, Leute, jetzt Jetzt nochmal, wirklich Wir müssen das jetzt hier gewinnen Drache in einer Minute Reiß dich nochmal jetzt zusammen Los, no way Los Abfahrt Ich geh nicht, ich geh nicht Oh Immer etwas weniger Abfahrt Warte, ich hab'm Schild Oh, Schild ist zu spät Naja Okay, Leute Jetzt nochmal alles hin Hilfe Haben wir hier Hilfe? Ich brauch Hilfe Lopez Ich bin gleich da Frage doch Willbe McDonalds Warum... Hilfe? Niemand Nice 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 Bitte auf den جirnpen! Jajaja Jajaja Können wir den Drick jetzt fighten? Oh! Den hast du aber noch nicht сказать? Aber nicht eine Stun! Für 2 Sekunden? Jetzt? Herr Vorsicht, da kommt noch ein... Was ist das? Hm. Das gewinnt so toll. Kein einfach dranbleiben. Aha. Sehr gut. Ich glaub, du hättest aber... Nein. Riech es aus. Oh no. Alter, wir gehen... Wir gehen bis die 0-3-Frau. Das stärkste Clash-Team. Heute. Stellen sie sich... AD-Carry-Diff. Die heißen AD-Carry-Diff. Und es gibt eine AD-Carry-Diff. Scheiße. Wir haben alle grandios performt bis hierhin. Ja. Nimm das, Nasus! Fixie. Ich glaub, wenn Brücki mich bufft, kann wir vielleicht sogar gewinnen. Genau. So schwach bin ich tatsächlich auch nicht. Aber... Nasus ist fast tot. Wenn wir einmal groupen, ich nehm die alle hops, Leute. Okay? Ich hab Hurricane nach der Bot-Wave. Ich brauch Rap-Buff. Alles klar. Ich denke grad ne Wave an, Finn. Viel Spaß, Sola. Wuh, wuh, wuh. Wuh, wuh. Okay, wir haben das, Leute. Ach, ne! Jetzt strengt euch noch mal an. Wirklich. Wir haben das wirklich. Normales geben jetzt hier! Puscht euch noch mal, Jungs! Ja, Junge, push dich! Push euch! Ich bin tot. Die pushen mich, die pushen mich! Ich glaub, die machen Nesh gerade, wenn ich das hier richtig sehe. Ja, ich glaub, ich bin jetzt einfach auch tot. Was ist weg, unten über die Wand? Ich hab keine Hilfe für 10. Das ist verbuggt dann. Ich wollte ja eigentlich verloren, ne? Schon wieder. Das sieht so aus. Okay, lasst jetzt mal ab jetzt. Wir haben uns jetzt eine schlechtmögliche Chance gegeben. Jetzt lasst uns einmal zusammenkommen. Wenn sie uns acen, mounten haben und Nesh haben, ist ein ganz schlechter Moment, um seriös spielen zu wollen. Ich glaub, wir können immer noch gewinnen. Hier, guckt ihr doch mal diesen Kasselin haben. Ja, ich seh den. Ja, hallo. Not bad? Nice champ, by the way. Ich finde jetzt kein Nesh. Hmhm. No, no. Film, film. It's your time. Oh, nice gemacht. Scheibenkreis. Ich hab den noch. 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 Wir haben leider Nesh jetzt auch, ne? Ich hab den noch nicht mehr. So hard. So hard. So hard. Okay, wir brauchen einen Elder Deck, um genug Damage zu haben. Nee, ich hab, ich hab Damage. Wir müssen nur einmal zusammen sein. Alter, ich hab Damage. Ich hab versprochen, ich hab Damage. Ich glaub, du lügst uns ganz dreist an. Ich glaub dir das auch einfach nicht. Ich hab wirklich Nesh. Kommt jetzt auch zusammen. Ich glaub es dir nicht. Nein, ihr müsst den Edicator mal ein bisschen glauben. Ja, genau. Denn der Glaube versetzt Berge. So. Ja, so nämlich. So. Jetzt kommt zusammen und wir machen das. Ihr und ich. Aber wo, wo kämpfen wir denn? Ähm. Beim Elder Dragon. Wo treffen wir uns? Okay. Leute, ich brauche noch ein Level zu 16. Die gehen vor. Die gehen vor, Leute. Wir können auch hier tätig sein. Ein Level auf 16. Ich brauche ein halbes Level. Ich hab nicht das Gefühl, dass wir gewinnen können. Das sagt schon viel aus. Hey. Ja, weil du so eine Diff bist. Hier. Was für eine Diff? Was soll denn diese Aggression? Wenn ich nach Vollenloch dann gehen wir rein, okay? Leute, ich brauche ein halbes Level auf 16. Wartet bitte. Die werden unten für mich gehen, ne? Irgendwer wird nicht gewonnen hinten. Ich hol ganz viele Camps und ganz viele Leute. Deine Bodyguard sind auf dem Weg. Aber die haben die Rechnung ohne uns gemacht. Der Pandion kommt gleich. Ja. Team, ich warte bitte. Ne, Gerons Facecheck. Wir können nicht gewinnen, ne? Nee, aber wir können probieren. Ich kann den unten hinten. Okay. Wir wollen nicht fest. Lass hier bleiben. Lass hier bleiben. Wir bleiben für immer hier. Die Person, die kommt, die stirbt. Wir gehen für den Nasus, ne? Vorsicht. Vorsicht. Wir können, wir können. Good Shit Solo. Wartet bitte. Es ist fehl. Nein. Nein. Auf Feen. Auf Feen. Hier, ich barf dich. Ich hab mich Hilfe geworft. Ja, er wonnete den. Also irgendjemand wurde gewonnen. Das ist richtig. Sehr, sehr, sehr gut. Ähm. Sona, ähm. Der, 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 der. Hier. Was ist denn? Shit. Du wolltest doch die One. Flash. Slow. Puls. Oh nein. Ist der Step 16? Vielleicht könntest du nicht enden. Oh, Phil. Den hast du doch. Hat er den, ja? Mit seinen Frozen Hearts. Ist immer noch ein Kassel. Aber der Versuch war echt gut, Phil. Was fahr ich denn jetzt hier, Sona? Die A. Dann kannst du zweimal sterben. Nein. Also wirklich. Ich wüsste nichts, was dein altes Bild noch retten kann. Ist der Fall schon was? Keine Ahnung. Ich komme alles auf Kogmas scheiße. Gut, 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 gut. Ich könnte vielleicht sogar ruhig Rage-Blade gehen. Ich könnte Rage-Blade und Blade in den Bild, ja. Leute, kommt jetzt nochmal alles geben. So, Leute. Jetzt muss ihr unsere beiden In-Hip-Snacks um Bauen zu haben. Aber jetzt push euch doch nochmal hier. Ja, wirklich. Jetzt auch nochmal alles. Wirklich. 110 Prozent. Hallo, sag mal. Warum hat das passiert jetzt? Ich hab den mit der Gold gekippt. So. Wir haben jetzt In-Hips. Wir können farmen. So ist es. Kauf ich mir Lid-Spain oder Void-Stuff? Ähm. Ich bin nur Void-Stuff. Du kaufst dir Void-Stuff natürlich. Sehr gut. Ja, das haben wir alle gelernt. Jetzt nochmal anstrengend. Eine Minute. 50. Ich brauche dieses Camp, dann habe ich mein Item. Mhm, 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 mhm. Können wir einen Tank-Castarin-Half mal vorschicken im Teamfight? Ne leider nicht. Boah, dein Devil ist ja ververs. Ja, die Gegner melten quasi. Ich stehe jetzt einfach nur auf die und drücke die hier. Okay. Die melten. Okay. Wir müssen diesen Elders spielen. Ich brauche jetzt die Boardraves kurz, wenn es geht. Ich bin Super-Stone. Ich bin Super-Stone. Ich habe Raid-Stuff in 380. Wenn ihr mir die zwei Boardraves lassen habt. Nein, das geht nicht. Wir können nicht mehr. Wir müssen hier jetzt rein. Wieso? Wir müssen Elders nicht feinden. Whatever. Okay, wir fallen Elders nicht. Wir fallen Elders nicht, jetzt. Autos verbindet, kommen sie. Und Katos-Ölte, 3, 2, 1. Ja gut Achso! Wo?! Oh, was? Alter, sie hat fast gewonnen. Okay! Jawoll! Keine Jun- und keine Katos-�시. Hätt' die einen 2. entfölgen, wäre es immer tot. Und schaut'squisse! Das war in der Tat eine gute Karte sollte die war sehr gut gespielt ja Fünf Leute getroffen Aber ich lebe wieder wenn die da sind Das wäre ja nicht gut für uns Wir geben hier niemanden auf Wartet auf mich wenn es geht, ne? Zehn Sekunden Klar Super Tolkien Tolkien wartet schon mal vor Habt ihr Team? So, wartet eben nicht ab abends Ne hab ich nicht, ich hab ein Tümateri, ach scheiß drauf So, ich baff dich jetzt, no way, los gehts Zauber, 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 los Nein, 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 klärt die Wave, klärt die Wave Nur klären, nur klären Nein, klärt die Wave, was ist das? Sola Bin safe Das ist aber ganz schön dumm gewesen Der Dämmich ist ja wirklich krank Hier, gebaft Kannst jetzt bitte die Gegner melden Der ultet rein, der ultet rein Hab ihn gesilenced, alles gut, konnte die Ulten Stark Weiter gehts Hallo Oh, das war eine Katastrophe Hm, das ist komisch Ist sich tot? Ja, sehr, sehr schön Oh, du bist leider tot, Freddy Ja Nein Diese scheiß Karte sollt ihr Oh, Alter, ich hab Volt Ich hab W Schwindibus Schwindibus Ihr habt das, ihr habt das Schild, schild, schild Weiter, weiter, weiter Weiter, renn, Junge, renn Oh, ich bin gleich tot Oh, ich bin jetzt tot Starkes Ding Ja Nasus, 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 hier Hilfe Hu, hu Hälfte melde ich sie Ja, blechst dann, blechst dann Hau ihn gegen die Wand Auf Nasus Sag mal, hast du nie geskillt, Sola War auf Cooldown Starkes Ding Du hast dann aber schon geskillt, ne? Die passen so hart, wie ich konnte Oh nein Oh nein Oh nein Das ist bitter, das ist bitter Die haben Pantheon, ne? Und die haben Nasus Ja, ich möchte jetzt nicht zu viel was raten, aber mein Damage ist letztlich komplett turbo-broken, ne? Das sah bisher nicht so aus Das sah auch so aus Das glaub ich zu gerne Ich hab grad den Gevin komplett demolished, ne? Mhm, mhm. Das wer die Nichte gekriegt hab, ist ein bisschen DJ ein Problem, hm? Ja ich glaub, die Gates sind sehr offen ab jetzt Weißt du was wir dagegen tun sollen Tolkien jetzt hol doch nochmal deinen Shutconning raus Ich hab eigentlich 6 Items, ne? Du meinst doch, wenn man erhält ist, ist das nicht schwierig zu shutconnen? Ja, beide respawnen, ja. Okay, Leute, jetzt kommt zusammen. Raft euch. Raft euch, Leute! Wait, wir machen Nash. Wir haben gerade erst mal respawn, was die Pantheon haben. Ja, aber wir haben ja beide Elims wieder. Wir haben Autofill in der BS. Können wir da einfach mal ran an den Speck, oder? Ich bin fast. So, ich buff jetzt hier no way. Und dann geht die Sache... Ja, der Pantheon? Mhm, mhm, mhm. Ja, ich geh für eine Pantheon. Oh, das ist schlecht. Und raus, 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 raus. Wir wollen raus, Holkön. Die können nicht Backdown. Wir können nicht Backdown. Einer Bot-Deffen, einer Bot-Deffen. Nice. Voll dann. Na, es ist nicht hier. Leute, sehen wir das. Ja, das sehen wir komplett. Ich bin in Base. Okay, ich bin Base. Von mir. Lange Flanke. Ja, wir können was machen. Mitte runter, oder einfach? Mitte runter, E-Sports. Die sind hier gesplittet. Ich bleib' mich einfach aufspielen. Ich piele dich einfach nur. Ich piele nur, ich piele nur hier. Ich brech' ihn ab. Nice. Wir haben gewonnen. Mitte runter, E-Sports. Ja, easy, easy. Let's go, Team! Nein! Ich weiß nicht, ob wir das enden können. Natürlich können wir's enden. Eine Minute nur? Mh, Sola, bitte. Ich hab' ne Minute Zeit, ja. Kommt. Der Ion hat doch nicht überlebt. Das ist krass, dass der überlebt hat, ja. Ich hab' zwei Autos draufgekriegt. Ich hätt' das Q noch in die Combo reintun müssen. Kannst du Flasht Polymorph, wenn der kommt, Maim? Na klar! Er hat keinen Flasht, der Ion. Der Backdown, der Finisht! Der Finisht, der Finisht! Recalled, Recalled! Recalled, Recalled! Ich hab das, ich hab das, ich hab das. Ich hab das, ich hab das. Ja, aber wir Recall'n. Ich bin da, Sola. Schnapp ihn dir! Schnapp ihn dir! Schnapp ihn dir! Acht Sekunden. Den hast du, den hast du! Ja, stark! Der guter Sacken. Der geht uns beide, ne? Vielleicht schon. Das ist immer noch nicht vorbei. Na, auf Mami schon. Ey, das ist immer noch nicht vorbei! Jetzt, äh, gren! Was soll er have? Ey, ich töte den. Ich weiß ja auch davon. Der Jonas ist nicht Base. Ja, jetzt haben wir unsere Base wieder offen, ne? Oh, oh. Gehen wir einfach alle, du bist, äh, Wego. Du kannst einfach alle töten. Ja, du bist Wego. Oh, ich kann dich auch nicht facken. Ich glaub, da steht die Kastro mitnehmen. Ich brauch Blue Buff, ich brauch Blue Buff. Der ist nicht ab, der ist nicht ab. Oh. Werden wir bis ab? Den würde ich gerne nehmen, ja. Also, jetzt werden die Backdoor, die wissen, die können nicht mehr teamfighten gegen uns. Wie machen wir das? Elders haben. Wir haben keine Pantheon-Ult, aber sie haben Nasus-TP, ne? Ja, Wego hat wieder, ist toll, wir haben wieder Play gesehen. Wenn Pantheon in die Base ultet, wenn er abbiss und ein Wop platziert, dann ist WTP, dann ist er over. Ich hab zu viel Atex-Speed, um noch zwei Fallen. Jawohl, das ist nix over hier. Ich hab vier Atex per Second. Aber Ender müssen wir wieder droppen, oder? Ja, wir müssen Elders droppen. Hm, schade. Aber die können halt den Fight forcen, wenn die in die Base rennen, ne? Wir werden gegen Elders fighten. Ja, deswegen müssen wir gleich dann fighten zusammen. Wir müssen auch fighten mal vor Pantheon in die Base ultet. Wir müssen auch fighten mal vor Cardus ultet. Ich glaub, wir müssen fighten. Ja, wir lassen den Base fighten, sonst wird safe während des Fights der Pantheon in die Base ultet. Der ist jetzt bespannen. Ich hab alles ab für den Pantheon. Okay. Dann wird einfach auf No Way draufstehen und alles was da kommt abhalten. Ich kauf noch mal Potion. Bin jetzt ab. Haben wir Boys. Ah, Pantheon, Pantheon. Ich muss wieder einfach Death Boy. Was wollen wir Pantheon ultet und die Double Tepin? Ich glaub, wenn man kein Kausau will, dann weg. Ich ulti dann weg. Ich ulti dann weg. Ich ulti dann weg. Ich muss noch mal treffen. Also, man weiß nicht. Einfach da, wo du Tepin solltest du ultet. Pantheon müssen wir einfach töten. Ich glaub an dich, Solar. Ich glaub das. Okay, er ultet nicht. Boah, der hat gut Hit, der hat gut Hit zu bekommen. Ja, der hat drei Autotext, fast tot, ne? Wahnsinn. Ich kann überhaupt nicht legen. Vorsicht vor der Pantheon. Vorsicht vor der Pantheon. Ich brauch mich nicht nach vorne zu laufen wegen. Stark, Phil. Sehr gut, genau. Ja. Na, das ist top. Können wir hier ein Fight nehmen? Los. Wir wollen einfach top den Nasusbon drin. Oder so. Die gehen in der Mitte hier, ne? Die nehmen Mitte. Die wollen nicht durchrennen. Mitte, Mitte, Mitte. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht. Nein, Bröcki. Oh. Oh. Nein. Oh. Nein. And it's lost. We haven't been lost, I guess. Scheiß Support. Wir haben ein 0-3 Clash. Klasse, Leute. Klasse. Oh. Mein. Okay, jetzt wechseln. Jetzt wechseln. Jetzt wechseln. 0-3. Das ist mein erstes 0-3. Kriegt man da irgendeinen Preis? Gibt's da irgendwas Besonderes für? Das hat auch für die Verlierer was vorbehalten. Da muss es auch irgendwas extra Besonderes geben. Ach du Scheiße. Vielleicht da kriegt man das normale Orb. Oder was? Ne, man kriegt's ja für den letzten... Hier is your price for making it this far. Naja, wir haben drei Stunden gespielt immer. Der erfolgre Prime-League-Takt bedeutet immer guten Tag bei der Clash. Morgen dann wieder, oder? Morgen schnelles 3-0 bei der Prime-League und dann noch um die Clash, oder? Da würde ich mich sowas von sehen, wenn ich da irgendwo einen Rechner hätte. Ich würde den Zug direkt machen. Schön aus dem Zug. Schön aus dem Zug. Ja, nice. Wirklich auch das ganze Game durchgezogen. Er kam, Mann. Ja. War anstrengend. War sehr anstrengend. Ne? Geil, Mann. Ja, danke für die Clash-Games. Sowohl deine neue als auch Clash-Games, Leute. Dann hat euch Spaß gemacht. Ich wünsche euch einen guten Abend. Es war wirklich legendär. Vielen Dank. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.